Blub, ganz unspektakulär, einen schönen guten Tag wünsche ich euch und ich wollte eigentlich gerade eben anfangen Livestream zu machen, ich wollte nämlich einen Gate hüpfen und in dieses Gate ein bisschen Munition investieren, um es zu beenden und noch ein paar andere Gates machen und so sieht das aus, seit 10 Minuten. So, ich mache die Seite nochmal weg und dann starte ich die Seite nochmal neu. Ich finde es persönlich sehr schade, ich hatte mir schon alles eingestellt, alles zurecht gemacht, hatte schon umgestellt auf, ja, ich nehme jetzt auf und mache daraus einen Livestream, aber OBS meinte dann auch noch ein paar Mal rumzukacken, ich dachte, gut, liegt vielleicht ein OBS, was ist da los? Ja, OBS gefixt alles und ja, ich drücke jetzt nochmal auf Start und zeige euch nochmal, dass es nicht geht. Oder wir warten jetzt ein paar Stunden, bis es geht. Ich mache mir jetzt hier auch keinen Schuh drum, es ist schade, wirklich, sonst hätte es hier zuerst mal einen schönen Livestream gegeben. Ich hätte mich auch gefreut, mit euch wieder so ein bisschen in Kommunikation zu treten. Es ist immer ganz lustig gewesen, aber was nicht sein soll, das soll nicht sein. Ich werde es später am Abend vielleicht nochmal probieren, wenn ich reinkomme. Wenn ihr die gleichen Probleme habt wie ich, regt euch nicht drüber auf, spielt was anderes, so ist es halt. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, wenn wir uns heute nicht mehr sehen, ich werde es versuchen. Ansonsten sehen wir uns die Woche bei einem neuen Video. Haut rein und noch einen schönen Sonntag, euer Eddie Blue.